Huch, boah geil, kann ich mit dem Jeep fahren? Alter Schwede, voll geil Yeah Ich frage mich, warum das noch rot ist, obwohl wir hier alles eingenommen haben Okay, dann gehen wir mal als nächstes da lang Das müsste rechtsliegend sein Da Was, du willst so nah an einen Rand? Natürlich Wenn wir einen Goliath kriegen können, dann... Ich glaube, hier in die Richtung war das mit der anderen Base Wir schauen mal Hallo, mein Freund Ja, ja, ja Ich schaue nochmal auf die Karte schnell So, ja, genau Hier rechts ist das irgendwie Wahrscheinlich hier in dem... Der Sendeempfänger deckt einen großen Bereich von Holloway ab Wenn wir auf ihn zugreifen, bekommen wir ein klares Bild davon, was die KV A in der Zone vorhat Kriegen wir bestimmt hin Sollte nur... Nein, was mache ich denn da? Huch Ich wollte eigentlich die Taschenlampe anmachen Weil ich sehe ja so viel hier Kann ich hier... Nein, kann ich nicht Wie kommt ich denn... Was war das hier? Oh Nehmen wir mit Ganz locker Wie kommen wir denn... Wie kommen wir denn nach oben rauf? Naja, das war ja sehr intelligent Genau so wollte ich springen Hier waren gerade noch welche, ne? Da zum Beispiel ist jemand Ist nicht schlimm, ich gehe außenrum, Jungs Können mich ruhig suchen Oh, was ist das denn hier? Was? Zündvorrichtung voll Achso, okay Vielleicht kommen wir hier rein Aber wie krass das immer noch aussieht Das ist der Wahnsinn Entschuldigt bitte, wenn ich das immer wieder erwähne Aber es ist so... Ah, so cool Und auch so spannend, vor allen Dingen Ich weiß, es ist irgendwie immer das Silber mit den Vasen und alles Aber trotzdem Na komm, zeig dich Zeig dich Na, wo ist der hin? Da war doch noch einer, oder? Wo ist der denn? Ach, komm an, hier Guck mal, wer da fliegt Wo ist der denn? Ach, da Der versteckt So, wunderbar Sollte das mit dem Oh, wir haben nicht mehr viel Munition Ich sollte mal ein bisschen Ein bisschen looten gehen Oh, alter, was? Yeah Stimmt, ich glaube, hier war das ja War da Was? Bang, 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 bang Boah, geil Was ist das denn für eine coole... Ach ja Die haben wir ja auch noch Habe ich ja ganz vergessen Wir haben ja noch ein drittes Äh Alter Alter Spiel, bin ich schlecht Bin ich schlecht? Gibt's ja gar nicht Wo ist er denn jetzt? Da war er Und wir lassen uns schon wieder Voll ablenken Denn ich würde gerne Ähm Nee Ich würde gerne Hallo? Achso, sieben Schuss haben wir nur Ja gut, dann bleiben wir bei der Wie kommen wir denn jetzt Hey, hier waren wir doch schon Hä? Wie kommen wir denn aufs Dach? Hallo? Ich würde gerne aufs Dach kommen Wie kommen wir denn bei dem Gebäude aufs Dach drauf? Hm Mit der Monorail bestimmt nicht Ich komme, wenn ich so einen Bus sehe So verrostet verallt Komme ich mir so ein bisschen vor Wie bei The Last of Us Ja gut, hier war Huch Hallo? Ja gut, hier waren wir ja auch schon Aber irgendwie Ach, hier Hm Das hätte ich auch vorher sehen können Aber ich war ja mal wieder so blind gewesen Uh Ist das dunkel Hey, da sind mal Sachen in den Schubladen Man glaubt es gar nicht So, was haben wir hier? Können wir aus dem Fenster gucken? Ja, amerikanische Flagge Hm Was, wer schießen? Achso, da unten auf der Straße Ah, jetzt hier über die Feuerleiter kommen wir aufs Dach Sehr schön Oh, ich musste hacken, ich hoffe ich kann es noch Äh Jawohl Läuft Und hier den Sende Empfänger Dann haben wir die Basis auch eingenommen Oder können die von uns jetzt nutzen? Jaaah, Sende Empfänger in Holloway Sehr schön Jawohl So langsam wird es mal wieder mit den gekleierten Gebieten Und so viele Sachen wieder zum Einsammeln Ich, was ist denn? Die Radios Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen mit den Radios Das war so, ja Aber das machen wir auch alles Ich will das gekleiert haben Ich will das gekleiert haben Jetzt können wir unsere Angriffe gegen die Schlüsselstellungen der KVA koordinieren Lass uns los Aus der Zeichen der Arbeit Ich hab gerade einen defekten Bolet in der roten Zone entdeckt Das Ding ist überweist auf der Hummel bewegt sich nicht Ich glaube, ihr könnt den Kurzschluss haben oder so Wir sehen uns das an Vorsichtig weitermachen Scheiß drauf, das Ding lebt und macht mächtig Rumpf Raus hier, verdammt Ich würde gerne Hackgeräte Natürlich kaufe ich erstmal Hacke Alter, wir haben 2056 Alter, was Okay Können wir mal gucken Knie schon, dann können wir genau mehr rutschen Dazu die Feinde werden bei Takedown automatisch ausgeraubt Klingt spannend 15% schnelles Nachladen für alle Waffen Es dauert 60% länger, bis man entdeckt wird Solange man sich nicht bewegt Das will ich haben Definitiv Das will ich Das will ich definitiv haben Solange man sich nicht bewegt, ist gut für Schleichen dann Dann wird man wenigstens nicht erkannt Äh Kann ich Wie wechsle ich denn unten die Nein, wie wechsle ich denn unten die Dings durch Die R1-Tasten Oder war das Achso, wahrscheinlich auch hier, ne Der Hacker, genau Den Hacker hätte ich gerne Der Mr. Hacker, Hacker Hammer Time So Ähm Ich würde sagen, wir machen noch die nächste Ich glaube, da war noch eine Basis Und dann können wir eigentlich Ne, zwei Zwei noch Ne, oh Gott Äh, ja Fünf Machen wir mal Wir müssen sowieso hier in dem Gebiet bleiben Würde ich sagen Machen wir jetzt erstmal die Die Story-Mission weiter Weil wir hier auf dem W sind Wir haben ja jetzt wieder Munition Dann kann ich ja jetzt wieder Kann ich ja jetzt wieder wechseln Genau, sehr schön So Komm ich Ich glaube, ich habe mich verlaufen Hier lag gerade auch noch irgendwas, oder? Ja, ach hier Ich habe doch gewusst, dass da irgendwas blinkt Hier auch Der Kühlschrank auch Da ist, okay Treibladungspulver haben wir schon Komm ich Wie komm ich denn hier? Höhöhöh Erinnert mich ein bisschen irgendwie an An Silent Hill Höhöhöh Firewall Okay, unten komme ich anscheinend nicht raus Das ist wahrscheinlich der Keller Aber hä, das ist doch die untere Etat Hä? Okay Ich frage gar nicht erst Ich habe Angst, hier runter zu springen Dass ich mir irgendwas breche Springen auf die Palette Komm Yeah So Da sind die Missionsziele Da gehen wir mal hinten Und es ist Tag geworden Man glaubt es gar nicht Die ganze Zeit spielen wir in der Nacht Und jetzt ist es endlich mal wieder Tag Oder hatten wir zwischendurch schon Tag? Ich weiß es nicht Die Zeit geht hier so schnell vorbei Haben sie ein bisschen sehr schnell gemacht Tag und Nacht Wechsel, finde ich Hätten sie ruhig länger mal lassen können Ich finde zum Beispiel bei The Crew Ist das sehr geil gelöst Ich sehe was Wenn wir auf dem Weg sind Ähm Bei The Crew ist das sehr geil gelöst Aber meint man wirklich Man fährt echt stundenlang Durch den Tag Und stundenlang durch die Nacht Das ist sehr, sehr geil Obwohl es wirklich nur Äh Hallo Jungs Ich möchte ungern irgendwie Hier Ähm Krawalle machen Deswegen gehe ich denen jetzt einfach mal aus dem Weg Wo sind die denn jetzt? Höh Der kommt hier rum, ne? Höh Warte Na, warte So Jetzt haben wir Ruhe Nochmal eben ablooten Wegen Munition und so Aber ich finde irgendwie die Kleidung voll cool Von dem Also das Design ist schon sehr geil Muss ich ja mal sagen Das ist schon Schon sehr cool So, wie komme ich da rauf? Bestimmt hier, ne? Oder? Jawohl Hä? Ich hatte die Taschenlabel glaube ich gerade noch angehabt Ach guck mal Hier ist das Radio So Ja Wird es schon wieder Nacht jetzt? Oder wie ist das? Hm Warte mal Sprengstoff Äh Ja Das machen wir mal Ich schmeiße es einfach da rüber Na gucken wir mal Jawohl Was ich tragen kann? Eins von drei Unruheherde Habe ich jetzt erledigt Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Weil er sagte Nimm was du tragen kannst Oh ich muss das hacken Nein Mitten im Kampf Ist klar Habe ich sonst nichts besseres zu tun? Alter was Ich meine das ging ja relativ Ich meine das ging ja relativ zügig Ich meine das ging ja eigentlich Das ging ja eigentlich relativ zügig mit den mit den Granaten Wenn ich das mal so sagen darf Denn Eine drauf und dann war schon bumm Kann ich eine neue herstellen? Äh Was? Bauanforderungen? Haben wir doch alles Ach R2 bauen Okay Ich habe es gerade überlesen Entschuldige bitte Achso im Übrigen Äh Ich bin nebenbei gerade noch Äh Auf YouTube am Uploaden Ich lade gerade noch Äh Beyond the Souls hoch Ähm Beyond the Souls Lade ich gerade noch hoch Und ähm Und äh Huh Hallo Was? Hör auf mich zu scannen Äh Und das Wimmelbildspiel Das ist ein Nightmare Ja ja Hacke das Paneel Ich muss also da hoch Das heißt Äh Ich werde aber gerade verfolgt Wo auch immer Alter Diese scheiß Kack Drohne ne Gibt's gar nicht Hallo Aua Oh ich sollte Ich sollte mich mal Hi Alter Nur Was ist denn hier los? Alter diese Kack Drohnen Die verraten mich immer Helft mir mal Verdammt Ich heuer die mal an hier Hallo bleib mal hier Hallo Bleib mal hier Alter Alter Hier schon wieder Alter Gibt's doch nicht Wo kommen diese Drohnen her? Ist doch unfassbar Na geh mir doch Ja lass uns losziehen Ja lass uns losziehen Hilf mir mal Wo ist denn? Ach die sind hier hinter Ach so Kann ich hier durch? Wie komme ich denn? Hä? Wie komme ich denn da rein? Ah hier So So Dann gucken wir mal Irgendwie müssen wir ja Irgendwie müssen wir ja Da rauf kommen Irgendjemand hat mich gesehen Alter was? Höh Wo denn? Ich seh überhaupt keinen Wo? Ach da Natürlich Natürlich Er cheatet voll Hast du das gesehen? Er cheatet voll Ich glaub's ja wohl Er ist voll am cheaten Boah wie geil Alter was? Ich glaub's ja wohl Wie viel Medikits Soll ich denn hier benutzen? Meine Güte Boah wie geil Das mit dem Regen aussieht Entschuldig bitte Aber das ist schon Das ist schon Porno So Jetzt gehen wir erstmal hier rauf Und Oh Gott Das werd ich niemals nicht schaffen Höh Okay Was steht hier? No water Okay Kein Wasser So Da müssen wir rauf Um das Terminal zu hacken Das machen wir doch Pinkwellcode So Yeah Was ist ci Einfach Ön